Edgar Allan Poe, geboren am 19. Januar 1809 in Boston, Massachusetts. Gestorben am 7. Oktober 1849 in Baltimore, Maryland. War ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er prägte entscheidend die Genres der Kriminalliteratur, der Science-Fiction und der Horror-Story. Seine Poesie wurde zum Fundament des Symbolismus und damit der modernen Dichtung. Jugend Edgar Allan Poe wurde als Sohn der in England geborenen Schauspielerin Elizabeth Poe, geborene Arnold, verwitwete Hopkins und des Schauspielers David Poe in Boston geboren. Der Vater, dem man Neid auf den Erfolg seiner Frau nachsagte, verließ die Familie bereits 1810 und blieb spurlos verschwunden. 1811 starb Poes Mutter in Richmond nach längerer Leidenszeit an Tuberkulose. Den zweijährigen Jungen, seinen zwei Jahre älteren Bruder Henry und seine einjahr jüngere Schwester Rosalie mittellos zurücklassend. Das Schicksal der beliebten Schauspielerin Elizabeth Poe erschütterte die Damen der besseren Richmonder Gesellschaft, unter ihnen Frances Allen, die Frau des aufstrebenden Tabakhändlers John Allen aus Schottland. Da sie selbst kinderlos war, bewog sie ihren widerstrebenden Mann, er hatte bereits, was sie nicht wusste, zwei uneheliche Kinder, den verwaisten Edgar Poe in die Familie aufzunehmen. John Allen gewann den Jungen lieb, vermittelte ihm das Gefühl, dass er ihn als seinen Sohn betrachtete, adoptierte ihn jedoch nicht, allerdings nahm Poe den zweiten Namen Allen an. Während der Kontinentalsperre Napoleons entwickelten sich die Geschäfte schlecht. Deshalb entschied sich John Allen 1815, als Napoleons Stern am sinken war, mit Frau, Schwägerin und Ziehsohn Edgar in seine Heimat nach Schottland zu reisen, um die gesellschaftlichen Beziehungen zu England neu zu ordnen. Die fünf Jahre, die Edgar Poe von seinem sechsten bis zu seinem elften Lebensjahr in Schottland und England verbrachte, gehören zu den glücklicheren Jahren seines Lebens. Ab Winter 1815 war Poe Zögling der Old Grammar School in Irvine, Schottland. Dort gefiel es ihm gar nicht, weshalb John Allen einwilligte, den Achtjährigen in ein Internat in der Nähe von London zu geben. Manor House in Stoke Newington stand unter der Leitung von Reverend Bramsby, dem Poe in seiner Erzählung William Wilson ein Denkmal gesetzt hat. 1820 beendete John Allen erfolglos seinen Aufenthalt und kehrte mit der Familie nach Richmond zurück, wo er die nächsten Jahre bis zum Tod seines Onkels William Galt relativ bescheiden lebte. Dann starb dieser Onkel jedoch und John Allen erbte eine Dreiviertelmillion Dollar, einen damals ungeheuren Betrag, und Edgar sonnte sich in der Aussicht, auf gleiche Weise einmal John Allen zu beerben. Er genoss weiterhin eine gute Erziehung und entwickelte sich zu einem hervorragenden Sportler, insbesondere Schwimmer. Ein Schulkamerad berichtet, Kein Junge hatte größeren Einfluss auf mich als er. Er war in der Tat der Anführer unter den Jungen. Meine Bewunderung für ihn kannte kaum Grenzen. Er lehrte mich schießen, schwimmen und Schlittschuhlaufen. Ja, er rettete mich sogar einmal vor dem Ertrinken, allerdings hatte er mich kopfüber hineingestoßen. In der schönen Mutter eines Freundes, Jan Craig Stannard, fand er sein erstes weibliches Idol, an das er sein erstes Gedicht richtete. To Helen. Die Angedichtete starb bald darauf in einer geistigen Umnachtung. Poe tröstete sich mit seiner zweiten Liebe, Sarah Elmira Roaster. Angesichts seiner ausgezeichneten Zukunftsperspektiven waren die Eltern mit seinem Verben sehr einverstanden. Mitte der 1820er Jahre muss Frances Allen hinter das Geheimnis der zwei unehelichen Kinder ihres Mannes gekommen sein, was sie heftig kränkte. Poe schlug sich auf die Seite seiner zärtlich geliebten Ziehmutter, was ihn die Sympathie John Allens kostete. Mit 17 Jahren immatrikulierte sich Poe an der kurz zuvor von Thomas Jefferson gegründeten Universität von Virginia in Charlottesville, Virginia. John Allen hatte seinen Ziehsohn, der ihm lästig geworden war, mit so geringen Geldmitteln ausgestattet, dass dieser, um halbwegs standesgemäß leben zu können, Schulden machen musste. In der Hoffnung, sie durch Gewinne zu begleichen, spielte er, machte jedoch mehr Schulden und begann zu trinken. In der Erzählung, William Wilson hat auch diese Zeit mit ihrem wüsten Studentenleben autobiografische Spuren hinterlassen. Nach Richmond zurückkehrend, musste Poe feststellen, dass Sarah Elmira Rooster, der er regelmäßig geschrieben hatte, keinen seiner Briefe bekommen hatte und mit einem anderen Mann verheiratet worden war. Was aber noch schlimmer war, Poe traf auf einen verständnislosen und völlig verhärteten John Allen, der sich weigerte, seine Schulden zu bezahlen und ihn auch noch mit demütigenden Vorwürfen aus dem Haus ekelte. Dies war der entscheidende Schicksalsschlag in Poes Leben. Er überwand dies nie völlig und träumte sich immer wieder in die Rolle des reichen Erben oder des enterbten Rächers hinein. Soldat und erste Publikationen Um sich vor Gläubigern und Gerichtsvollziehern zu verstecken, nahm Poe den Namen Henri Lerené an. Als er sich nach Boston einschiffte, wo er von dem wenigen Geld, das Francis Allen ihm vielleicht gegeben hatte, seinen ersten Gedichtband, Tamerlane und andere Gedichte, im Selbstverlag herausbrachte. Als Autor gab er nur an von einem Bostoner. Dann suchte er Zuflucht bei der einzigen Organisation, die sich ihm anbot. Er schrieb sich unter dem Namen Edgar A. Perry als einfacher Soldat bei der US Army ein. Er wurde zum Sergeant befördert, seine Einheit wurde nach Charleston verlegt, wo er im Fort Maltrey Dienst tat. Das Fort lag auf der vorgelagerten Insel Sullivan's Island, auf der Poe Jahre später eine seiner berühmten Erzählungen, der Goldkäfer, ansiedelte. Er wurde ehrenhaft entlassen und kehrte in der Hoffnung, John Allen damit beeindrucken zu können, nach Richmond zurück, wo er erfahren musste, dass Francis Allen gestorben war und einen Tag zuvor beigesetzt worden war. John Allen finanzierte Poes Trauerkleidung und Poe äußerte den Wunsch, in die US Military Academy in West Point einzutreten. Diesen Wunsch unterstützte John Allen, wahrscheinlich in der Hoffnung, Poe auf diese Weise endgültig loszuwerden. Bis zur Aufnahme in West Point verfloss jedoch noch rund ein Jahr. Poe reiste nach Baltimore, wo er Verwandte hatte, auf die er als reicher Erbe wohl kaum zurückgegriffen hätte. Jedoch fand er in Maria Clem, geborene Poe, einer Schwester seines Vaters, nicht nur eine treue, fürsorgliche und aufopfernde Begleiterin durch die Jahre des Elends, die vor ihm lagen und die er ohne sie nie durchgestanden hätte. Er fand in ihrer Tochter, seiner Cousine Virginia, auch seine zukünftige Frau. Er heiratete die 13 Jahre alte Virginia am 16. Mai 1836. Zunächst brachte er in Baltimore seine Gedichte in erweiterter Zweitauflage heraus, Al-Araf Tamerlane und kleinere Gedichte. Diesmal gab er seinen vollen Autorennamen an, indem er den Namensbestandteil Allen trotz allem beibehielt. Der in West Point herrschende Drill behagte ihm nicht. Schon nach einem halben Jahr war er so oft aufgefallen, dass er 1831 wegen Ungehorsam entlassen wurde. Er kehrte zu Muddy, so nannte er seine Tante Maria Clem, zurück. Half Virginia bei den Schulaufgaben und konnte, mittellos wie er war, froh sein, dass seine gelähmte Großmutter, die Witwe seines Großvaters, General Poe, mit ihrer ansehnlichen Rente noch im Haus lebte. Baltimore und die Short Story Die Jahre von 1831 bis 1835 in Baltimore sind gekennzeichnet von weiteren Schicksalsschlägen, von tiefer Armut und Demütigung. Die große Cholera-Epidemie von 1831 suchte auch Baltimore heim. Sie sollte bleibende Spuren in Poes Werk hinterlassen, so in König Pest oder die Maske des Roten Todes. Vergeblich schrie Poe flehentliche Briefe an John Allen. Der geizige Tabakwarenhändler hatte ihn aus seinem Herzen verstoßen. Poes älterer Bruder Henry, mit dem zusammen er eine Dachkammer bei Maria Clem bewohnte, starb an Tuberkulose. Bald darauf starb auch die Großmutter, deren Rente bisher die Familie erhalten hatte. Poe nahm seine Zuflucht zum Alkohol, aber auch, wie der von ihm hochgeschätzte Samuel Taylor Coleridge, zum Opium, das damals zu der von Paracelsus erfundenen Tinktur Laudanum verarbeitet wurde, die in jeder Apotheke käuflich zu erwerben war. Er sah sich völlig zurückgeworfen auf das Einzige, was er konnte. Schreiben. Damit Gedichten, wie er nun wusste, nichts zu verdienen war, wandte er sich der Novelle zu, der er bereits in seinen ersten Texten eine neue Form gab. Mit Madsen Gerstein erblickte im Philadelphia Saturday Career die erste Short Story Das Licht der Welt. Bei einem Preisausschreiben des Baltimore Saturday Visitor 1833 gewann Poe mit Das Manuskript in der Flasche die ausgelobten 50 Dollar. In der Einleitung der aufsehenerregenden Story schreibt Poe in kunstvoller Vermischung von Dichtung und Wahrheit. Von meiner Heimat und meiner Familie kann ich nur wenig sagen. Schlechte Behandlung und der Lauf der Zeit haben mich sowohl der einen wie der anderen entfremdet. Meine erbte Reichtum ermöglichte mir ungewöhnlich ausgedehnte Studien. Die Einladung eines Preisrichters, ihn zum Essen zu besuchen, musste Poe unter Hinweis auf den traurigen Zustand meiner Kleidung ablehnen. Vergeblich bewerbe es sich um eine Anstellung als Lehrer. Da wurde der Verleger der Southern Library Messenger in seiner Heimatstadt Richmond auf ihn aufmerksam und bot ihm Mitarbeit an. 1835 zog Poe mit Maria Clem und Virginia nach Richmond, wo John Allen vor einem Jahr gestorben war, ohne seinem Ziehsohn auch nur einen Cent zu hinterlassen. Richmond und New York Analyse und Science Fiction Trotz der großen Verbesserung seiner Verhältnisse begann Poes Aufenthalt in seiner Heimatstadt mit einer schweren Depression. Ein Verwandter versuchte in bester Absicht nach dem Tod der Großmutter Poes die Erziehung der noch minderjährigen Virginia Clem zu übernehmen, an der Poe mit ganzem Herzen hing. Poe gelang es, Maria Clem zu bewegen, mit Virginia zu ihm nach Richmond zu ziehen. Hier heiratete er im Alter von 26 Jahren die noch nicht 14-jährige Cousine. Seine spätere Aussage, das geeignetste Thema der Poesie sei der Tod eines jungen Mädchens, erfüllte sich in dieser Beziehung und beruhte auf ihr. Poes Schriften sind von auffallender Keuschheit. Von einer Schwangerschaft Virginias ist nie die Rede, weshalb vermutet werden kann, dass es sich um eine Art von Geschwister-Ehe handelte, die Poe aber den familiären Halt und die wärmende Lebensmitte gab, auf die er angewiesen war. In Richmond entstand die scharfsinnige Untersuchung Melzels Schachspieler, in der Poe die detektivische Technik du Pas des ersten Detektivs der Weltliteratur vorbereitete. Als der Southern Literary Messenger, dessen Abonnementzahlen sich durch Poes Mitarbeit versiebenfacht hatte, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, zog Poe mit seiner kleinen Familie zum ersten Mal nach New York, wo er Chancen hatte, in die Redaktion von The New York Review aufgenommen zu werden. Aber der große Bankkrach vom 6. April 1837, in den auch diese Zeitschrift hineingezogen wurde, vereitelte diese Hoffnung. Maria Clem machte eine kleine Pension auf und hielt so die Familie über Wasser. Poe arbeitete mit Feuereifer an seinem umfangreichsten Werk, die Abenteuer Gordon Pimes, das ihm den literarischen Durchbruch, von dem er so träumte, freilich auch nicht brachte. Heute wird es als Vorläufer der Science-Fiction-Literatur angesehen und gefeiert. Poe verließ das wirtschaftlich angeschlagene New York und zog mit Maria Clem und Virginia im Sommer 1838 nach Philadelphia. Philadelphia und DuPont Poe wollte in Philadelphia eigentlich eine eigene Zeitschrift gründen, die The Pen heißen sollte. Später wurde das Projekt in The Stylers umbenannt. Es gelang Poe jedoch nie, das nötige Startkapital dafür aufzubringen. Von seinen Erzählungen allein konnte er nicht leben. Die Veröffentlichung von Ligeia, die er selbst für seine Beste hielt, brachte ihm gerade mal 10 Dollar. Also gab er seinen bereits nicht mehr unbekannten Namen her für ein Schulbuch über Muscheln und Schnecken, zu dem er Vorwort und Einführung schrieb. Und das sein einziger kommerzieller Erfolg wurde, wenngleich man ihm Plagiat vorwerfen konnte. Nach einem Jahr trat er als Redakteur und Mitherausgeber ins Gentleman's Magazine von William E. Burton ein. Hier übernahm er praktisch alle anfallenden Arbeiten und steuerte nicht nur größere Texte, sondern auch Meldungen über Ballonfahrten, Fortschritte in der Dagirotopie und anderen bei. Und er veröffentlichte hier die Erzählung »Der Untergang des Hauses Ascher«. Die Zeitschrift ging in »Graham's Magazine« auf, für das »Po die Story«, der Doppelmord in der Rue Morgue schrieb, in der er den Pariser Detektiv DuPont kreierte, den er noch zwei weitere Male benutzen sollte, in »Das Geheimnis der Marie Rochette« und der entwendete Brief. Er verließ »Graham's Magazine« wegen seines weichlichen »Namby Pamby« Charakters, obgleich er dort gut bezahlt worden war und bewarb sich um eine Stelle als Regierungsangestellter. Trotz guter Beziehungen bekam er den Posten nicht, aber immerhin gewann er mit der Erzählung »Der Goldkäfer« den vom Dollar Newspaper in Philadelphia ausgesetzten Preis von 100 Dollar. Die Erzählung wurde auf die Bühne gebracht. Charles Dickens bezeugte Poe seinen Respekt. Als Dickens auf seiner Amerika-Reise nach Philadelphia kam, versprach er seine Unterstützung bei englischen Verlagen. Doch daraus wurde nichts. Virginias Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. 1842 erlitt sie, während sie ein Lied sang, den ersten Blutsturz. Poe glaubte erneut in New York bei der Sunday Times oder dem Evening Mirror bessere Chancen zu finden und zog im April 1844 mit Frau und Schwiegermutter nach sechs überaus fruchtbaren Jahren in Philadelphia dorthin. New York und der Rabe Poe hatte seinen Ruf in Philadelphia durch Alkoholexzesse gründlich ruiniert. Deshalb bedeutete New York für ihn auch in dieser Hinsicht einen Neuanfang. Er fuhr mit Virginia vor, während Muddy noch Bücher und Hausrat verkaufte und mietete sich in einem Farmhaus etwa zwölf Kilometer vom Zentrum entfernt ein. Heute ist es vom Häusermeer New Yorks längst überflutet. Maria Clem mit der Katze Katharina, die auf Virginias Brust zu liegen pflegte, um sie zu wärmen, folgte und nun schien Poes Glück wieder vollständig. Er schrieb die dritte seiner Dupas-Stories. Der entwendete Brief und vollendete The Raven, sein vielübersetztes und unübersetzbares lyrisches Meisterwerk. Er trat in die Redaktion des Evening Mirrors von Nathaniel Parker Willys ein und zog nach Fortham, heute in der Bronx, in ein winziges Cottage, das zu seiner letzten dauerhaften Bleibe werden sollte. The Raven wurde im Evening Mirror erst veröffentlicht. Die Resonanz war überwältigend und Poe wurde zum gefragten Rezitator. Aus der Beantwortung von Fragen nach der Entstehung des Raven verfasste er die Philosophie der Komposition, ein Schlüsselwerk für das Selbstverständnis moderner Dichtung, die primär als rationales Konstrukt beschrieben wird. Poe war weiterhin gefährdet, aber Willys schrieb über ihn. Er wohnte mit Frau und Mutter in Fortham, einige Meilen außerhalb der Stadt, aber er war ab 9 Uhr morgens an seinem Pult im Büro, bis die Zeitung abends in den Druck ging. Er war immer pünktlich und fleißig. In Fortham verschlechterte sich der Gesundheitszustand Virginias und zu Pows Entsetzen erhielt sie anonyme Briefe, in denen er eines Verhältnisses zu der Dichterin Frances Osgood bezichtigt wurde. Poe wechselte zum Broadway Journal und verstrickte sich in Plagiatsvorwürfe gegenüber Henry Wadsworth Longfellow. Seine erlesenen virginischen Manieren kamen ihm unter dem Druck von Armut und Krankheit langsam abhanden. Er rechnete mit der New Yorker Literatenschaft auf eine Art und Weise ab, die sie ihm seinerzeit nicht verziehen. 1847 starb Virginia im Alter von 24 Jahren. Poe brachte seine Trauer in dem Gedicht Annabelle Lee zum Ausdruck, das erst im Nachlass gefunden wurde. Zugleich aber versank er in Depression und Alkohol. Er reiste durchs Land als Rezitator des Raven und hielt Vorträge über Dichtung und den Kosmos. Seine kosmologischen Überlegungen fanden Eingang in Eureka, Poes rätselhaftes, jedoch von der modernen Physik nicht ohne Respekt betrachtetes Werk. Seine späten Kurzgeschichten haben einen ätzenden, ungewohnt gesellschaftskritischen Ton, so das Fass am Montilado und Hopfrosch. Er verliebte sich in Amy Richmond, Amy, verlobte sich aber mit Sarah Helen Whiteman, Helen, die die Verlobung wegen seines Alkoholrückfalls jedoch widerlöste. Poe nahm in Boston seiner Geburtsstadt eine Überdosis Laudanum zu sich, erwachte aber wieder. Der Versuch, die Beziehung zu seiner jetzt verwitweten Jugendfreundin Sarah Elmira Rooster in Richmond aufzuwärmen, schlug fehl. Nachruhm Dass Poe in den USA so nachhaltig verdammt und als zügellos und alkoholabhängig hingestellt wurde, liegt unter anderem an seiner Verfeindung mit den führenden Literaten und Verlagen seiner Zeit, die er immer wieder in bissigen und harten Satiren angegriffen hatte. Sein von ihm selbst bestellter Nachlassverwalter, Rufus Wilmot Griswold, ein konservativer Christ, sorgte dafür, dass sich das Bild Poes als eines trunksüchtigen Sünders in den USA verfestigte. Durch die Franzosen Charles Baudelaire und Stéphane Mallarmé, die zahlreiche Werke Poes übersetzten, wurde Poe jedoch in Europa berühmt und auf diesem Umweg auch in den USA als bedeutender Autor anerkannt. Baudelaire schreibt, In der Literatur jedes Landes gibt es Männer, in deren Stirnfalten das Wort Pech geschrieben steht. Doch wenn man ihr Leben aufmerksam prüft, findet man in ihnen Talente, Tugenden, Begnadung. Die Gesellschaft bricht über sie den Stab und schließt sie auf charakterliche Laster, die nur aus der Verfolgung durch die Gesellschaft entstanden sind. Haben in mir die Überzeugung reifen lassen, dass die Vereinigten Staaten für Poe einen großen Käfig bildeten und dass er sein ganzes Leben über die heftigsten Anstrengungen machte, dem Einfluss dieser Atmosphäre zu entfliehen. Tod in Baltimore Am 7. Oktober 1849 starb Poe von einer Vortragsreise aus Richmond kommend auf dem Heimweg nach Fort Ham im Washington College Hospital in Baltimore, nachdem er in einem hilflosen und verwahrlosten Zustand aufgefunden worden war. Es gibt verschiedene Theorien über die Ursachen seines Todes, von denen mangels besserer Quellen keine beweisbar ist. Poe könnte das Opfer sogenannter Wahlschlepper geworden sein. Diese brachten anlässlich politischer Wahlen Menschen auf der Straße in ihre Gewalt, füllten sie mit Alkohol ab und zwangen sie unter Drohungen für einen bestimmten Kandidaten zu stimmen. Poe geriet bei seiner Ankunft in Baltimore direkt in einen Wahlkampf. Man könnte ebenso mutmaßen, Poe habe sich als notorischer Quartalssäufer ohne äußeren Zwang ins Delirium getrunken. Gegen diese beiden Theorien spricht, dass im Bericht des behandelnden Arztes an Maria Clem mit keinem Wort von Alkohol die Rede ist und dass dieser Arzt später ausdrücklich bestritten hat, an Poe Spuren von Alkoholmissbrauch bemerkt zu haben. Poe war Katzenliebhaber und könnte sich durch einen Katzenbiss mit Tollwut infiziert haben. Hierfür sprechen die vom behandelnden Arzt beschriebenen Zustände von Angst, Verwirrung und delirrender Raserei, bei denen zwei Krankenwärter kaum ausreichten, um Poe zu bändigen. Eben diese Anfälle sprechen gegen die ebenfalls vertretene Theorie, Poe sei an Cholera gestorben. Der Cholera-Tod ist ein Tod durch Entkräftung und hätte sicherlich völlig andere Spuren im ärztlichen Bericht hinterlassen. Poe wurde in Baltimore auf dem Friedhof der ehemaligen presbyterianischen Westminster-Kirche beigesetzt, heute Westminster Hall in Bering Ground. Virginia und Muddy, die 1871 im selben Hospital wie Poe starb, wurden nach einer Umbettung neben ihm beigesetzt. Bedeutung Poe hatte großen Einfluss auf den Symbolismus und auf die Entwicklung der fantastischen Literatur, nicht zu verwechseln mit Fantasy-Literatur, und auf die Kriminalliteratur, insbesondere auf Jules Verne, Arthur Conde Doyle und H.G. Wells. Sein Frühwerk ist beeinflusst von George Gordon Byron sowie von Autoren der deutschen Romantik, wie beispielsweise I.T.A. Hoffmann und Friedrich Delamotte-Fouquet. Zu seinen späteren Einflüssen gehören Charles Dickens, den er auch persönlich kennenlernte, Henry Wadsworth Longfellow, den er literarisch befiedete, und Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Zu seinen stilprägenden Erzählungen, nicht zuletzt, weil er ein Virtuose des Grauens war, gehören Der Untergang des Hauses Usher, The Fall of the House of Usher, und die Abenteuer Gordon Pymes, The Narrative of Arthur Gordon Pymes, of Nantucket. Mit Der Doppelmord in der Rue Morgue, The Murders in der Rue Morgue, gilt er als einer der Erfinder der Detektivgeschichte und des deduktiv arbeitenden Kriminalhelden, der seine Fälle durch Logik und Kombinationsgabe löst. Darüber hinaus wirkte er im Übergang von der Romantik zum Symbolismus als Vertreter zuerst nach Frankreich und von dort aus wieder zurück in die USA und nach Deutschland, wo sich im Umfeld des Expressionismus eine starke Rezeption seiner Werke entwickelte. Charles Baudelaire's Poe-Übersetzungen sind in Frankreich maßgeblich. Sein zu Lebzeiten erfolgreichstes Buch war ein malakologisches Schulbuch. Dieses Buch wurde jedoch nicht von ihm selbst verfasst, sondern der Verlag wollte mit dem Namen Poes die Verkaufszahlen erhöhen. Poe schrieb lediglich das Vorwort und bekam eine schreckliche Summe Geld für diesen Handel. Poe beschäftigte sich auch stark mit Fragen der Logik, so mit Geheimschriften, zum Beispiel in der Goldkäfer, und sogenannten Automaten, frühen Robotern, beispielsweise im Aufsatz Melzels Schachspieler, über einen Schachautomaten. Ebenfalls von großer Bedeutung ist sein lyrisches Werk. The Raven, Deutsch, der Rabe, und The Bells galten als die ersten bedeutenden Gedichte Amerikas in der Weltliteratur. Poe maß bei der Konzeption seiner Gedichte, der Musik und dem logisch-formalen Aufbau einen hohen Stellenwert bei und sorgte oft für die klangliche Veranschaulichung der im Gedicht beschriebenen Dinge, so zum Beispiel in The Bells, was ihn zu einem Vorläufer des Symbolismus machte. Poles großes Sujet, das in vielen Geschichten immer wieder auftaucht, ist der Tod einer schönen Frau. Morella, Ligeia und Annabelle Lee. Oft thematisiert wird auch die Vorstellung einer lebendig begrabenen Person, so in The Fall of the House of Usher, The Premature Burial. Vielfach erscheinen in Poles Geschichten auch Personen, die geradezu vom Wahn gepackt ihr eigenes Unglück provozieren oder trotz Kenntnis des sich anbahnenden Ungemachs scheinbar machtlos direkt in ihr Verderben laufen und sich darüber verzehren. So in The Telltale Heart und The Black Cat. Poe, der auch dank zahlreicher Verfilmungen seine Image als Horrorautor wohl nie ganz verlieren wird, ist, sieht man sein Werk als Ganzes, er verfasste Satiren, Essays, Lyrik und Erzählungen, ja sogar höchst komplexe naturwissenschaftliche Abhandlungen nicht einfach unter einen Oberbegriff zu bringen. Sein Werk hat zahlreichende bedeutende Autoren der klassischen Moderne wesentlich inspiriert, unter anderem Stéphane Mallarmé, Wladimir Nabokov und Arno Schmidt. Letzterer ist zusammen mit Hans Wollenschläger der bedeutendste Übersetzer der Werke Poes ins Deutsche. Er stellte die Arbeit an einer Poe-Übersetzung in den Mittelpunkt seines Hauptwerks, Zettels Traum. Seit 1922 erinnert das Edgar Allan Poe Museum in Richmond, Virginia an das Werk des Autors. Es ist ihm die Old Stone House untergebracht, unweit des seinerzeitigen Wohnsitzes Poe.